die brücke von bruchtal ist das geile natürlich sieht das jetzt nicht aus wie bruchtal aber ja kommen sie haben also ja dafür dass wir jetzt die ganze zeit lang ja und mit durch den wald hier ich weiß nicht auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so die level dafür haben ist das trotzdem mal ein guter ausflug das stimmt ja gut das stimmt ich hoffe ja mal dass der spacken jetzt hier irgendwo steht und nicht dass wir jetzt gleich wieder zurücklaufen müssen ja eichhörnchen level gucken das wär's ja eichhörnchen hat gar kein level greift ich nicht an ja schon mal vor auch mensch nein da müssen wir doch noch da oben wo bist du eigentlich ich bin ganz hinten warum bist du so weit hinten weil ich gerade über den fluss mal geguckt habe ob man auch den anderen weg gekommen bist aber du bist ja wieder so voreilig was sagst du immer dazu ich bin ich bin halt ein ego shooter ne spieler immer nur eilig 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 und nicht mal irgendwie aber ich genieße es doch hier ich gucke mir das hier an ist doch schön ja aber man muss auch auf die anderen hören hab ich kein ich hab die doch noch boah das einer war schnell ey cool der hat so schnelle schuhe an ey wo bist du denn ach egal so machen wir das halt big man hat sich ausgeklingt aus der partie man sieht es er hat keinen bock mehr der will lieber arven schön flach legen hast du den noch nicht gefunden nein ich folge ja noch immer da der müsste doch auch da sein da ist der weg da ist der weg er ist echt so friedlich er ist wie urlaub von dem ganzen stress vom bären töten spinnen töten in mir habe ich das gefühl dass hier keine boah wie heißt die denn ey maschinen gun okay ich bin jetzt gerade in einem gebiet wo es zu hoch für mich ist ich bin jetzt an ich bin jetzt bei legolas wo bist du denn hergelaufen ich bin die ganze zeit den weg gefolgt und komm hier hoch ich weiß ja gar nicht wo du bist ey ich bin den ganz normalen weg über die brücke wieder ja und dann musst du aber nicht den weg gehen dem wir gekommen sind sondern musst dann so ein weg runter laufen nicht hoch ach ich komme ich bin den berg runter gefallen so ich bin jetzt im haus drin wo faramir bestimmt schläft aufwachen da ist legolas und gimli auch geil ey alle da wo der ring das treffen und aragon ist auch hier und boromir ist auch hier aber wenn aragon hier ist wir müssen doch mit streicher reden legolas ja aber wir müssen doch mit streicher auch reden ja aber ich glaube die meinen bestimmten anderen streicher was benötigt ihr so fortsetzen jetzt boromir und fortsetzen wie kann ich euch zu diensten sein so schließt die instanz ja müssen wir abschließen ja aber das können wir noch nicht ich glaube das sind noch alles zu hohe level für uns warum ich glaube das sind sehr hohe level schließt die instanz der sitz des großen goblin erfolgreich ab schließt die instanz des netzes der krabbeltals boah fuck ey gut sollen wir uns zurück beamen oder willst du ah ne geht noch nicht ich würde gerne hier einen händler aufsuchen im bruchtal wenn es mal händler geben würde keine ahnung wir können auch mal zurück warte mal wo ist noch mal karte aufrufen doch hier müssten händler sein wir haben hä wo sind wir denn ey muss mal wieder gucken ach da sind wir äh ja scheiße muss mal wieder gucken ey cool es gibt auch angma ja ach geil ja erstmal wieder erkunden ja warte mal ah shit waffenschmied da will ich hin das ist das breland da sind wir aber da müssen wir nicht mehr hin boah wie hieß denn das nochmal jetzt ey schlucht genau jetzt fällt es mir wieder ein schlucht 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 wo bist du hä boah bin ich jetzt hier boah ich häng schon mit dem mit den augen an dem bildschirm dran hä bruchtal auenland ach komm nach bre mal anzeigen zack schlucht scheiße ey wo bist du denn jetzt ach da ich bin hier ja was wollen wir jetzt machen ich wollte eigentlich hier in dingsesmann her hier weil die elben haben geile waffen ja aber die kannst du noch nicht nehmen oder wahrscheinlich nicht vielleicht mal trotzdem nehmen ich weiß es nicht ja gut man kann ja mal gucken ja es dauert ja noch es dauert noch 37 minuten oh ja dann lass uns mal ein bisschen rumlaufen schau mal da lang keine ahnung also ich hab keinen Händler gesehen gut in dem in dem Haus da von elron da war irgendwas also hab ich gesehen gut wir können ja mal eigentlich die schließt die instanz ehebors gipfel erfolgreich ab können wir einfach mal versuchen ja ok das war eine instanz das ist schon heftig und wenn wir sterben dann sind wir doch dann wieder am anfangspunkt oder nicht ich glaube dann sind wir entweder hier ja müsste eigentlich klappen also mal ausprobieren level 36 die denken auch so ey was machen die denn hier ey level 11 müssen wir da da her ne oder da oben auch wieder da oben bestimmt ach kinders 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 das sieht echt geil aus ey was hast denn da statt linksbums keine Ahnung hab ich's nicht gelesen boah der ist wieder so schnell guck mal das ist ein Ego-Shooter-Spieler der läuft immer nur voran und voran was wolltest du denn da lesen was da gerade auf dem Spielschirm angezeichnet wurde nein was die Frau war boah jetzt wird's heftig jetzt boah jetzt oh 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 ich seh schon ey wenn das erste Tier was da rumläuft schon Stufe 30 40 ist dann können wir gleich umdrehen ey das bringt dann sowieso nichts nein hier ist noch nichts wirklich nicht ich hatte ich hab warst du eigentlich schon mal im Spruchteil nein ich war nur wo müssen wir denn jetzt hier lang hä versteh ich nicht du ne wir müssen da über dem Berg irgendwie also gar nicht hier lang aber sah irgendwie so aus ne ja naja und wieder zurück genau das ist hier das sieht zwar schön aus hier aber das ist so verwirrend ja ich denk mal wenn du wenn du sagen wir mal da müssen wir bestimmt lang hier wenn du erstmal so drin bist in dem Spiel also wenn du hier gestartet bist und machst deine erste Mission dann auch hier aber ich glaub als Elb fängt man doch nicht im Bruchteil an oder man startet in Lorien nicht Bruchtal stimmt wusste ich doch ja hab ich doch gesagt ja ist auch noch ein Haus Ausbilder für Hauptleute du bist doch ein Hauptmann bin ich einer glaub schon ja ne ich bin irgendwas anderes echt ja ist egal eigentlich voll peinlich dass man nicht weiß was man selber ist ey aber wie gesagt das Spiel ist ja ja wir sind jetzt auch nicht so die Rollenspielfreaks also ich jetzt in dem Sinne du kennst sie ja bestimmt aus wenn ich jetzt fragen würde Börje was bin ich da könntest du sagen ja guck mal in dem und dem Menü nach und da und dort und da steht das dann ja könnte ich das nicht ne ja da ging ja nicht boah die Stadtbewohnerin wie fick ich jetzt seid ihr weit gereist um ins Tal zu kommen ja sicher Baby bei ihnen gab ich das Gefühl das ist auch nicht der richtige Weg einfach mal gucken warte ich guck mal auf der Karte hm wo sind wir denn da oben und unsere Mission ist da oben irgendwo doch